Hugh Jackman schlüpft wieder in seine Rolle als Wolverine. Auf Instagram zeigt er Einblicke hinter die Kulissen des neuen Films. Die Fans sind entsetzt über eine Entdeckung. Wolverine trägt eine Perücke. Kommentar wie »Das war eine Perücke?« oder »Oh mein Gott!« häufen sich unter dem Beitrag. Doch nicht alles bei Wolverine ist unecht. Für seine muskulöse Figur hat Hugh Hart trainiert und musste 6000 Kalorien am Tag zu sich nehmen. Bei Jimmy Fallon scherzte er über seine spezielle Diät und erklärte, dass er Hähnchen und Bohnen gegessen habe. Seit 24 Jahren verkörpert der Australier Wolverine. Er betont, wie sehr ihm die Rolle am Herzen liegt und wie viel sie für seine Karriere bedeutet.